In meiner Freizeit bin ich Hausarzt. Ich therapiere Häuser. So mental. Ich hatte neulich einen schwierigen Fall. Ein Haus auf einer Insel. Es erzählte mir, dass es gerne was anderes wäre. Ein großes Spukschloss zum Beispiel. Du bist doch voll idyllisch, lautete mein Einwand. Die Menschen nutzen mich als Zufluchtsort. Ich werde vermietet, diene den seltsamsten Spinnern als Refugium. Die Insel ist toll, keine Frage. Die Bäume und ich. Wir verstehen uns supi. Was bin ich? Eine zu klein geratene Villa? Ein überdimensioniertes Blockhaus? Wo stehe ich? Was kann ich aus mir machen? Ist der See das Problem? Die Amerikaner ziehen mit ihren Häusern umher. Die zeigen ihnen die Welt. Meinst du, es würde was bringen, wenn ich mich mit einem Wohnwagen anfreunde? Mir fallen schon die Schindeln runter. Du hast einen schönen Vorbau, versuche ich es mit einem Lob. Ja, die Veranda ist toll. Von den Fischen erfahre ich, was so abgeht in der Welt. Aber meist reden sie nur über die neuesten Köder und dass die Welt voller Haken sei. Ich kann da nicht mitreden. Es tut gut, das einem Hausarzt mal mitzuteilen. Bekomme ich ein Rezept? Ich gebe dir eine Hausaufgabe. Mach eine Liste mit all den Sachen, die du gut findest an dir. Es war beschäftigt. Ich hatte Zeit, mir die Insel anzuschauen. Ein winziges Eiland. Erinnerte an die Insel der Seligen. So als Privatversion. Der See spiegelglatt. Das Haus von etlichen Vögeln umkreist. Einige hatten wohl ihre Nistplätze hier. Häuser sind ja ohnehin so etwas wie Nistkästen. Das Haus war fertig mit seiner Hausaufgabe und wollte meine Aufmerksamkeit. Ich kann nicht Wasserski fahren. Für eine Luftmatratze bin ich zu groß. Ich habe überhaupt nichts von dem See. Warum stehe ich hier? Völlig sinnlos das Ganze. So hatte das keinen Zweck. Das Haus wurde immer depressiver. Was verschreibst du mir denn? Ich will mal aus dem Häuschen sein, was Verrücktes anstellen. Aber da stehe ich auf meinem Fundament. Rühre mich nicht von der Stelle. Wolken, Wasser, Wind. Sie alle verhöhnen mich, da sie mobil sind. Ich bin eine Immobilie. Es sagte das sehr verächtlich. Das überträgt sich auf mein Mentalsystem. Ich leide an Immobilismus. Es wurde beinahe hysterisch. Vielleicht war direkte Ansprache der Probleme in diesem Fall keine so gute Idee. Wie ich die Vögel beneide. Standpunkt ändern in drei Dimensionen. Volle Beweglichkeit. Wie bist du denn so von Hause aus? Was ist dein eigentliches Naturell? Ein Hochhaus. Ich bin ein Hochhaus, das im Körper einer Villa steckt. Ich will Etagen. Viele Etagen. Ist das vermessen? Große Träume sind prima. Nimm zum Beispiel das Hexenhaus von Hänsel und Gretel. Glaubst du, es wollte schon immer ein Lebkuchenhaus sein? Es starrte mich abwartend an. Ich hatte seine Aufmerksamkeit. Ein paar Lebkuchen wären nicht schlecht. Würde die Vögel veranlassen, mir etwas näher zu kommen. Sie sind oft doch sehr reserviert. Hol man dein Stethoskop raus. Ich könnte schwören, ich habe einen Rohrbruch. Da gluckert doch was. Du bist hypochondrisch. Und wenn schon. Die letzten Mieter waren Raucher. Ich habe Asthma. Es hustet. Weiße Wölkchen stiegen aus dem Kamin. Ein paar türkisfarbene waren dabei. Wie machst du das? Empathie. Lass dich vom türkisblauen Wasser inspirieren. Ich muss mit meinen Kräften haushalten. Ich bin baufällig. Hol die Bauaufsicht und die Abrissbirne. Lief irgendwie nicht gut. Lief aus dem Ruder. Ich setzte mich erst mal in eins der Ruderboote. Abstand gewinnen. Hol mich mit ins Boot. Ich bin es leid, mit mir selbst identisch zu sein. Ich will mich von außerhalb betrachten können. Machst du dir überhaupt Notizen? Rauschen meine Wünsche einfach so an dir vorbei? Prallt alles an dir ab? Nein. Ist alles notiert. Stethoskop, Lebkuchen, Rezept, Abrissbirne. In welcher Reihenfolge? Du machst dich lustig über mich. Das ist nicht schön. Veränderungen stehen ins Haus. In der Tat bewölkte sich der Himmel. Innen Wasser. Von oben Wasser. Und die Tränen werde ich auch nicht länger zurückhalten können. Das wurde mir jetzt zu melodramatisch. Ich setzte mich auf die Veranda. Es nieselte nur. Passt gar nicht zu meiner Stimmung. Es müsste Hageln donnern. Ein zünftiger Wolkenbruch müsste doch wohl drin sein. Klär das mit Petrus. Der spricht nicht mit Häusern. Wir hätten keine Seele. Ich möchte, dass man auf mich bauen kann. Und eine entsprechende Kopie von mir soll es auch im Himmel geben. Ich fühle mich furchtbar diesseitig. Verbundenheit mit der Insel Avalon. Manchmal stelle ich mir vor, dass meine Insel magisch ist. Nicht dieser Realitätsfanatismus. Dann könnte ich Abenteuer erleben. Ich könnte eine Rakete sein, die sich den Mars anschaut. Und wenn es heißt, die Sonne steht im elften Haus, dann könnte ich da gleichfalls stehen. Was findest du denn an dir toll? Dass ich kein Zelt bin. Über was definieren Häuser sich üblicherweise? Die Makler betonen, dass Lage wichtig ist. Hätte ich einen anderen Wert, wenn ich woanders stünde? Das irritiert mich. Eine Berghütte kann Leben retten. Kann ich auch irgendwas? Da musste ich wohl noch eine Woche Urlaub dranhängen. Und mit dem Rohrbruch hatte es recht. Es verfügte also über reichlich Selbsterkenntnis. Ich will Gebäudereiniger. Künftige Häuser werden selbstreinigend sein. Ich stehe Technik nicht grundsätzlich ablehnend gegenüber. Ich will Haussieren. Der innere Börsenwert soll steigen. Sagt dir das was? Grüne Wölkchen stiegen aus dem Kamin. Dann Neonfarbene. Streng dich nicht zu sehr an. Nur weil du das nicht kannst. Okay, Rauchsignale sind in Zeiten von WhatsApp überholt. Aber cool. Ich war gespannt, was es noch so alles drauf hatte. Bemerkenswerte, hauseigene Fähigkeiten, sagte ich. Ja, es ist ausbaufähig. Und dann fing es an, mir von Ausbau, Anbau, Umbau, Überbau zu erzählen, Pläne, die nur darauf warteten, in die Tat umgesetzt zu werden. Ich bin kein Architekt, ich bin Hausarzt. Aber es hörte gar nicht hin, war voller Begeisterung. Hoffnung hat ungewöhnliche Heilkraft.